Tschüss, Tag und Abend. Bis morgen. Ciao. Ciao, Josef. Ah, ist was? Du bist schon wieder da. Ist was vergessen? Ich war schon, ob die Boxentür zu ist. Ist natürlich zu. War natürlich zu. Tschüss. Ciao, ciao. Du bist... Josef? Ja, Patrick, du kannst du noch mal schnell schauen, ob die Boxentür zu ist? Okay, ja, gleich schau. Kein Problem, ich schau gleich. Danke. Ja, also die ist zu. Den geht's auch gut. Ja, bis morgen.